schon wieder bombe na welche überraschung unter metall oder seitz und willkommen zurück bei ramus 6 siege mann werden ja noch gar nicht geisel in dieser operation mitgenommen gibt jetzt endgültig evakuiert er stand auch mal drin bei der modus übersicht stand mal welche modi gespielt werden und jetzt stehen da auch welche karten gespielt werden hocker nimmt unsere albino tante doch doch ist doch ist ich habe mir die dinge durchgelesen die biografie nein das ist ohne aus dem ei ohne aus dem mozzi 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 bin reingesprungen vielleicht nur noch clash keine frau frost wie schade die haben lesion ohne aus dem ei hat keine drohne mehr eine aber nicht mehr ich hab auch eine normale drohne ey wer ist frech ist der kapital rummel aus dem ei ja du bist ja genial weil er selbst aus dem ei kommt nee aus zwei eiern rühreiern ach der jetzt kleine turm der ist so kacke zum einsteigen aber der rest ist auch nicht wirklich besser erst mit dem entschärfer viel spaß oben okay man ärgere ich mal oben so eine heruntergekommene butze aber solarkram auf dem dach ist klar au dauer gemachtes fallen bei mir am tor macht jemand das fenster auf der böse bub ja nein verlürzt hä wo ist es denn hingerobbt schwester und öl gewonnen hat sie dich kurz vorhin noch erwischt also kacke unter mir ist jemand der kommt zu mir geschlichen der böse bub ich werde auch noch entdeckt modzieht rolle bestimmt guck doch mal hab's ja hier geh ich nicht lang tschüss fallschaden fallschaden ich komme fang ganz oben schadenfall auf der treppe hier wo ich bin ja da war jemand markiert da war jemand markiert da hinten scheiße hier hier legion der ist tot einer ist rechts rüber gerannt rechts im versammlungsraum da ist doch gegner ja weiß nicht da ist einer rüber gerannt oh da war er auf oh da war er auf jo minimal zeit hier stapft jemand der entschärfer ist nicht länger in deinem besuch ach der ist da links ist zu hören da war es diesmal hat der sound gestimmt aber sechs lebenspunkte ist verdammt wenig ein glück dass die gumminen keinen schaden haben jetzt sind sie nicht mehr köchner meinste es könnte auch jederzeit das acog beim maistrot zurückkommen kleiner turm sind sie jetzt mach mich nicht schwach beide bomben oben bei dem neuen raum genau wir müssen eine bombe aufspüren ich guck mal keiner ist ganz schön gierig ich glaub diese versammlungshalle und küche versammlung und küche glaub ich mozzi kackdreck was versammlung und küche glaub ich das geht ja seit neuestem küche und versammlung geht ja seit neuestem kapkan komm ich nicht rein kapp kein minuten da ach man die luke außen fehlt jetzt beim versammlungsraum die kamera durchfährt die ist nicht mehr hier das dumme ding eine bombe muss eine bombe muss localisieren und entschärft werden ich hab die philippinka noch auf der anderen seite der karte ist doch beknackt kleiner turm ist lesion kassel rot markiert ich hab keine sauber ich hab keine sauber also lesion noch einen anderen kassel rot markiert 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 kassel rauf mal vor dich sieht sauber aus das ding turm von oben ist sauber sicher ja ich bin da oben da ist niemand 1,20 Serafino, guckst du, Kerl, da runter? Ich hab den Entscherper, wenn er nicht schiebt Achso Mottie ist Küche Ach was? Das gibt's doch nicht, ey Mottie ist tot Er zappelt da rum wie so ein Böhler, Alter Läsion Küche Das sah eh nach vorne aus Da ist aber die Mine geflogen Ja, entschärfen wir nicht schlecht Oh, jetzt kommt hier ein Laser an Küche ist der Letzte, Küche ist der Letzte Küche ist der Letzte, der Kapkan Entweder gehst du jetzt schnell rein Oder du ziehst halt weiter auf die Küche Läsion verletzt Der ist tot, Kapkan ist im Versammlungsraum Ach, tot Echt nur verletzt Okay Ja, den hat Serafino jetzt umgebracht Ich hab gedacht, ich hätte beide erwischt Jetzt hat er zwei Killed an Auf rechts hab ich nicht mehr geachtet Auf den Bildschirm Es kamen auf jeden Fall Viele Einblendungen rechts Und er hat sich hingelegt Wer hat dich denn umgebracht? Der Kapkan auf jeden Fall Küche Deswegen hab ich gesagt, Kapkan der Letzte Weil ich sicher war, dass Läsion und der andere Da gestorben sind Ja, aber zumindest war ich mal einsatzfähig Der war aber verletzt Ich glaube, ich bin gleich tot Vor allem der Versammlungsraum rausrennen Er hat erstmal Richtung Küche geguckt, wo Kapkan war Und dann weiter schützen Der Hochweg war das Der Hochweg kam raus Und dann Läsion hinterher Was ist denn da? Wieder durch die Wand Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert Auf feindliche Aktionen vorbereiten Oh, die haben Twitch vieler Innenkameras schon kaputt Twitch haben sie ja markiert Oh, Doc, Hilfe Musst du mich erschrecken? Ja Da war Twitch zuletzt Ja Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert Ihr wisst, was zu tun ist Hier rennt jemand Gelber Ping durch den Stacheldraht Gelber Ping Bug hab ich Das kann Twitch sein Schockdronne fährt bei mir rum Nein, 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 nein Hab sie Schockdronne hab ich Twitch tot Twitch tot, ja Ich bin Das schaub ich. Fenster bei mir. Gelber Ping. Fenster. Oh. Hä, wie hast du den jetzt umgebracht aus dem Winkel? Ach du standst da drin. Ich wollte schon sagen, du bist doch noch hinten beim Schlafzimmer. Da steht er da blöd rum. Boah, ich war so lange zu sehen für ihn eigentlich, ey. Da wäre ich sonst eigentlich normalerweise gekillt oben schon. Der hat sich nur ein Kommandor bewegt. Ich habe mit einem Schuss getroffen und dann war er aus dem Schussberechtigung. Ja, ich wollte eigentlich... Die Twitch hat sich ja daneben in dem Raum bei mir in der Drohne verabschiedet. Ich wollte eigentlich dann bei ihr rein und dann kam sie plötzlich raus. Wahrscheinlich, weil gerade die Schocktronne kaputt ging. Ja, das war ein schlechter Zeitpunkt. Aber sie hat mich nicht gekriegt, ey. Die hat es gerade wieder aufs böse Auge abgesehen. Das war genau der richtige Zeitpunkt. Nein, das war ein schlechter Zeitpunkt. Nee, du hast sie umgebracht. Ja, mit Tuchfeuern. Jeder im Ingeniebüttel. Scheißdreck. Hilfe, ich werde gegapschen. Bogen hat mich nicht versteckt. Die hat den Cowboyhut. Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit. Böses Auge einsatzbereit. Zehn Sekunden. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Noch fünf Sekunden. Lötte den Krüter ein. Perfekt, nein. Der Gegner hat eine Bombe gekapriert. Mach für ein anderes Fall. Kommt eine Drohne bei dir. Na, schön, muss jetzt Außenkameras gucken. Die sterben nämlich gerade alle weg, Mann. Ich rückte doch nicht so schnell. Weiche Seite. Ich rufe meinen Begleiter. Oh, Haupteingang ist schon jemand. Null Monition. Hammermann unten rot markiert. Der ist schon drin. Vorsicht, Rotterping. Bei B ist er drin. Zeig nicht, was für Oryx. Oryx macht. Gut. Hoi. Schaut mal stehen zu bleiben. Hocker bei dir ist noch jemand links von dir. Ja, ja, ja. Ich hab's gehört. Jetzt drinnen. Neuer Kellergang, Seraphina. Da ist Back. Also links von dir. Wenn jemand Waschküche. Man sieht das Hologramm durch die Wand. Was ziemlich bekloppt sind. Kann das sein? Oder sieht nur jedes durch die Wand? Weiß nicht. Also ich hab's jetzt gesehen. Das Hologramm, da ist die Silhouette. Naja, klar. Ich glaub aber nicht, dass das die Angreifer gesehen haben. In der Kecke. Aber, wie gesagt, bei Ubisoft weiß man nicht so recht. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. Ich war's. Ich bin... Ich bin... Ich bin...